hallöchen ihr lieben und gott sei dank herzlich willkommen zurück zu dragon age nachdem sich das spiel erst nicht starten lassen wollte auf einmal also nicht mehr starten lassen wollte als fehlermeldung kam immer einfach nur dass das programm halt nicht funktioniert was sehr aussagekräftig ist aber ich hab's doch irgendwie wieder zu laufen gekriegt ich weiß selber nicht wie und ich weiß ich habe mich in der letzten aufnahme über mich selber beschwert dass ich das spiel die aufnahme einfach beende an einem punkt wo ich gestorben bin und dann kurz vorher nicht gespeichert habe und ich habe es jetzt wieder gemacht aber ich glaube diesmal ist es gar nicht so schlimm und wir wollten nach dennoch richtig ich glaube schon wir hatten diesen wunderschönen kampf zuletzt mit den krähen von antiva da steht sie die junge dame ich gucke noch mal ganz kurz in mein inventar 12 verletzungsausrüstung eine menge wundumschläge das ist gut eine brandbombe eine schockbombe zwei säurefläschchen konzentriertes schlammengift können wir uns mal noch runterziehen flammenbeschichtung ruhig auch und ich glaube ich hatte schon das letzte mal keine flammenwaffen als ich gegen die gekämpft habe das muss ich mal ändern kann ich denn noch ich habe keine elfenwurzeln mehr also kann ich auch nichts herstellen so flammenwaffen habe ich doch ich wirks noch mal neu einfach das finde ich löblich wir brauchen hilfe sie haben den wagen überfallen bitte helft uns kommt mit ich bringe euch hin natürlich natürlich erstmal richtig hinsetzen dann einfach mal dieser süßen krähe da hinterher gucken wobei ich glaube das ist eher ein rabe oder keine ahnung dann bin ich mir noch nicht mal sicher ob ich wirklich mit was habe ich für ein bogen ach ich habe eine armbrust scharf schützen wollte gewaltiger schaden gegen dunkle brut gegen dunkle brut kämpfen war ja im moment nicht aber ich bin noch nicht auf den kampf mit bogen oder armbrust so wirklich spezialisiert stimmt's machen wir es mal lieber so lieber vorsichtig sein ja sieht ihr das da das ist eine falle ja nein manno ich dachte ich kann hier erst entschärfen welcher denn wir sind zwei diese süße krähe die da noch rumflattert magierin geh geh zur magierin mädchen beweg deinen arsch alter was äh 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 das hat ja super funktioniert das ist ja ein super einstieg in die neue aufnahme wo können wir denn sonst noch hin solcher pass ben lorenz länder rein und da oben haben wir den soldaten gipfel vielleicht machen wir mal was von den dlc ist dann halt erst klingt doch auch nicht schlecht oder wir gehen mal zum solcher pass natürlich wenn das jetzt auch wieder die krähen sind krieg ich ein rappel komme ich hier jetzt echt nicht durch ohne gegen die zu kämpfen kann ich noch zurück kann ich nicht wie echt jetzt ich bin zurück doch gibt's schon ich werde doch eh wieder sterben manu wir brauchen hilfe sie haben die ja äh äh taktik 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 äh äh nr kann ich vielleicht nicht kann ich nicht logischerweise sonst wäre er ja noch mit zwei löschen das kann ich denn bei dir noch machen eigentlich ziel gegner umringt nr 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 sichtbarer bist du bescheuert niedrigste höchste gesundheit status nr 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 mal los. Mhm, kann ich die wenigstens entschärfen. So, da ist auch eine Falle. Ah ja, komm. Dann werden wir jetzt mal in diese offensichtliche Falle. Ja. Oh je, was soll das denn schon wieder? Nein! Warum? Ich kann nichts machen! Ich konnte nichts machen! Das ist ja... Ah! Ja toll, was mache ich denn jetzt? Ähm. Verteile ich halt mal Geschenke. Vielleicht bringt das ja irgendwas im Endeffekt. Wer weiß. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass die für dich ist. Ja. Ja. Kleiner Silberring. Interessant. Stahlabenschützer. Ah. Die sind nicht für sie. Silbernes Schwert der Gnade. Interessant. Ich weiß nicht, was ich mit der Frau machen soll. Ah, vielleicht die Gefährten mal wechseln. Aber was bringt mir das? Mein gut, Stan ist Level 8. Liliana ist Level 8. Hm. Das Problem wird nur sein, dass Stan soweit ich das weiß, soweit ich das weiß, gerne rummeckert. Ja. Wenn es nicht Richtung dunkle Brut geht und Richtung dunkle Brut würde heißen, Richtung Dings. Naja, wir schauen mal. Ähm. Gemälde. Wie unerwartet. Hab dann. Noch ein Bild. Sehr schön. Und ich glaube, über sowas freut er sich auch. Ich danke. Zumindest ein bisschen. So. Inspiriert. Geringe Stärke. Sehr schön. Äh. Oh Gott. Ja. Morrigan. Mach mal nochmal die Flammenwaffen neu. Vielen Dank. Mit was ist Stan denn ausgerüstet? 13 Schaden. Da gibt's auch bestimmt... Uh. Er kann die Schuhe anziehen. Die Rüstung. Sehr schön. Dieses Schwert benutzen. Na dann. Warte mal. Sind Stenssachen besser als die von Alistair? Jo. Sind sie. Bis auf das Schwert. Gehen wir das mal noch verkaufen. Vielleicht kann ich mir ja noch irgendwie was Besseres besorgen beim Schmied. Auch wenn ich's nicht glaube. Aber man weiß ja nie. Jetzt komm ich hier echt nicht weg. Ohne dem Heini entgegentreten zu müssen. Ich bin verzweifelt. Aber nur ein bisschen. Ich meine die einzige Lösung die mir sonst noch bleibt ist zu schauen ob ich die Schwierigkeit kurzzeitig runterschrauben kann. Zumindest für den Einkampf. Ihr seid hier willkommen. Was kann ich für euch tun? Handeln. Ihr könnt natürlich alles nehmen was ich habe. Ganz zu euren Diensten. So. Du kannst weg. Und das kann weg. Wir haben 20 Gold und der hat nichts was besser ist als unsere Ausrüstung. Halte ich ja für ein Gerücht. Ja. Benötigt 26 Stärke. Die haben wir nicht. Nee, nicht Stärke. Gleichgeschicklichkeit. Nicht Stärke. Entschuldigung. Haben wir trotzdem nicht. Langschwert. Ist auch nicht geeignet. Okay. Er hätte schon was aber wir sind zu schlecht. Das ist doch mal eine Aussage. 1, 4. Kann ich nicht tragen. Kann ich nicht tragen. Kann ich nicht tragen. Kann ich nicht tragen. 1, 4. Haben wir schon. Kann ich nicht tragen. Kann ich nicht tragen. 6, 8. 5, 95. 6, 8. War hier. Veridium. Nehmen wir die doch mal mit. Sonst nehme ich mal an. Hat er nichts, was interessant für uns ist. Guck mal. Den da kannst du behalten. Den brauche ich nicht. Ja, Alter. Nerv nicht. Ja. Ist sehr gut. Ähm. Zack. So. Aber selbstverständlich. Der Typ da oben an der Windmühle. Der will doch Lyrium haben, ne? also Lyrium-Trank. Oder nicht? Tagebuch. Bäh. Haben wir viele Quests offen. Die Urne. Älisters Familie. Äh. Geschenk des Schweigens. Beschaffe 10 Lyrium-Tränke und bringe sie Kommandant Harith in Redcliffe. Äh. 10 also. Kann ich denn noch Lyrium herstellen? Nein, weil kein Destillationswirkstoff und nicht gut genug. Ich kann nur Schwachen herstellen. Ach Gott. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Dann bleibt mir ja nichts anderes als das jetzt so nochmal zu probieren. Ich bin gerade echt hoch motiviert. Nicht. Habe ich eigentlich voll gefreut, als ich Dragon Age schwer zum Laufen gekriegt habe. Jetzt gerade eher nicht so. Und dann müssen wir auch nochmal hierher kommen und in den scheiß Lyrium trinken. So. Speichert ihr auf der Brücke automatisch? Mir war so. Oder auch nicht. Dann speichern wir jetzt nochmal eben schnell. Und los geht's. Genau so wird es geschehen. Genau. Deneram. Hey. Die Freude ist übergroß. Ich muss ja noch gucken, wie Stans Taktik eigentlich aussieht. Ja. Nein. Das müssen wir leider höher setzen. Sicher ist sicher. Nerv nicht. So. Ich möchte trotzdem diese eine Falle hier gerne entschärfen. So. Nein. Hör auf. Geh weg. Hör auf. Genau so wird es geschehen. So. Ja, einfach. Mach das alles. Nein. Nein. Zeig meine Berate. Nein. Jetzt ziehen wir uns mal Gift hier drüber. Oh. Oh. Hallo. Greifst du jetzt mal. Ah. Oh. Ich sollte mal. Ich. Ich sollte mal. Ja. In Ordnung. Au. Scheiße. Scheiße. Stannis auch tot. Nein, 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 nein. Los. Danke. Das ist einfach zu viel für mich. Ja, in Ordnung. Los, angreifen. Ja, sowas. Schießt doch, Mädchen. Geht doch. Geht doch. Mann, das ist ja jetzt richtig spannend hier gerade. Ja, los. Er ist doch schon fast tot. Ja, nochmal. So, shit. Kann ich den? Ne, ich, äh. Ja, in Ordnung. Mach lieber erstmal hier die Falle. So, willst du mich angreifen? Komm her. Ach. Geht doch nicht so nah ran. So, der ist tot. Und Umschlag. Gift. Und eigentlich ist es fast egal, warum ich jetzt latsche. Ich habe noch drei Gegner. Vier Gegner. Ja. Kommst du her? Kommst du nicht her? Komm rum, komm. Na, komm her. Gehen wir da nicht hin. Okay, ich warte noch, bis das Gift hier wieder abgelaufen ist, damit ich das nochmal neu auftragen kann. Gut, wir hatten doch noch irgendein anderes Gift, ne? Hatten wir nicht noch irgendein anderes Gift? Aber wir haben noch Flammengeschichte.